Hallo ich bin der Christian von Ruhetspikes, ich bin Pfeifenbauer aus Österreich und heute stelle ich mir die Herausforderung den Dorshammer, den Mjolnir, als Tabakpfeifen zu bauen und den mache ich aus Prierholz, festes Pfeifenholz, was es gibt auf der Welt, ein Lederband und ein Messingring aus Zierde und das Mundstück mache ich in dem Fall aus Buchenholz, das eigentliche Mundstück aus Acryl-Vollmaterial, da ist Mundstück auch von Hand gefertigt. Und jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.